Und wieder das Schwein. Und wenn alle Hoffnung verloren scheint, wird Syndrom die Welt retten. Du hast die echten Helden umgebracht, damit du so tun kannst, als wärst du auch einer? Ich bin schon ein Held. Held genug, um dich zu besiegen. Tut mir leid. Das ist alles meine Schuld. Ich war ein schlechter Vater. Blind. Ich hatte solche Angst, vergessen zu werden, dass ich euch alle vergessen habe. Ja, ja, ja. Ich finde, Dad hat heute große Fortschritte gemacht. Aber ich glaube, wir sollten jetzt alle mal wieder runterkommen. Oh nein, tut mir leid. Moment, Moment. Äh, ups. Und weiter geht's. Alle wieder befreit. Ich habe vorhin einen Flugzeughangar gesehen. Ich glaube, wir müssen geradeaus. Kriegen wir hin. Aber ich sammle erst wieder ein paar Münzen. Obwohl, wir sind ja noch gar nicht im Level drin. Egal. Alles Münzen für die Wundertübchen. Guck, guck. Bam, 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 bam. Papp. Drei von drei. Hier soll nix heile bleiben bei dem blöden Kack-Syndrom. So, und ab durch die Wand. Ja, das gibt es Besseres, als einen bösen Plan zu feiern. Warte, was? Wir Superhelden? Das ist egal. Wir sind schon gestartet. Ihr werdet es niemals rechtzeitig in die Stadt schaffen. Werden wir ja sehen. Das ist die richtige Halle, aber ich sehe hier keine Jets. Ein Jet ist nicht schnell genug. Hallo, schneller. Und was ist schneller als ein Jet? Hey, wie wär's mit einer Rakete? Flash. Tolle Idee, Flash. Dann bauen wir mal los. Oha. Ich soll erst mal ein bisschen sammeln hier. Was können wir denn hier? Da kann die Mama hin. Okay, dann Mama, geh mal hin. Wer kann denn Gleichgewicht halten? Oder nicht der Papa, oder? Wir müssen ein... Sei vorsichtig. Der Glibber aus diesen Kanonen ist nicht angenehm. Vielleicht bist du da. Geschafft. Nummer eins von drei. Okay, hier kann man nichts kaputt machen. Wo ist mein kleiner Flash? Stopp, erst muss der Flash wieder ran. Was können wir denn hier oben machen? Nix? Okay. So, hier kann man wieder was bauen. Das sieht wieder nach einem Auftrag für Flash aus. Ein Hamsterrad. Und los geht's. Ja, klar. Nummer eins. Nummer zwei. Na, bleibst du wohl da. Und... Nummer drei. Hö, hö. Yay. Zwei von drei. So, hier ist wieder Auftrag für die Mama. Ab geht's. Da haben wir's doch. Na komm, gehen wir wieder zurück. Wir haben's ja. So. Na dann, lass uns mal bauen. Familienbauplatz. Los geht's. Los geht's. Bam. Fette Rakete. Yeah. Unglaublich. Keine Münzen? Hallo? 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 Liebling. Liebling? Was? Wo ist mein Superanzug? Was? Wo ist mein Superanzug? Ich bin Superanzug. Vorsicht, zurücktreten. Ich denke, diesem Skott-Haufen muss ich wohl... ...ein paar manieren Malen. Das hat wohl nicht so gut funktioniert, he? Das ist nicht mein super Anzug, zum letzten Mal, wo ist mein super Anzug? Der wäre aber auch cool. Jawohl, mit dem Wohnmobil. Fertig, Violetta! Los! Das wird jetzt holprig! Ist alles in Ordnung dahinten? Fett eingeparkt. Ja, machen wir das nochmal. Ich geh rein. Kinder, raus aus dem Wohnmobil! Es ist grün! Wo sind wir? Auf dem Verkehrsspielplatz! Das war das letzte Mal, dass ich in den Stock fahre, wenn gerade die Riesenroboter... Würden wir jetzt mit dir und Mom gegen diesen Riesenroboter kämpfen? Dad, bitte! Ja, ihr beide kommt mit uns. Aber nur, damit wir euch im Auge behalten. So, Steinchen sammeln! Aua, 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 aua! Muss ich den auch verlegen? Ja. Und los geht's! Oh, du los geht's! Bam! Der Boden ist ganz elektrisch! Was machen wir denn jetzt? Einer von uns muss dort rüber und den Strom abstellen! Ja, das ist doch ganz klar, wer das macht! So, warte kurz! Toll gemacht, Violetta! Aber sei vorsichtig mit dem Schalter! So, oben aus! Okay, jetzt muss der Papa ran! Nein, der Papa muss ran! So, wo ist mein Junior? Da! So! So! Das hätten wir! Mit den ganzen Flammen hier weiß ich noch nicht so wirklich, wie ich's machen soll. Ja, ja gut. Oh, Polizeiauto liegt ja auch noch. So geht das aber nicht hier. Ich brauch die Münzen. So, kann ich hier einfach runter jetzt? Ja, super. Das ist aber auch nicht leichter. Achso, schieben. Lauter bunte Steinchen und ich kann was bauen. Aber erstmal ist hier oben noch ein bisschen klein Holz. So, na dann, bauen wir mal. Das ist für die Mama. Und jetzt alle rüber, sofort. Na gut, bleibt in meiner Nähe. Aber nicht zu nah. Ich muss diese Flammen löschen und eure Mutter hier rüber bringen. Ich kann diese Wasserrohre verwenden. Na dann, verwend mal. Äh, wo ist man dann? Hallo? Wo sollst du... Hallo? Das ist doch scheiße jetzt hier. Hier ist nicht genau so. Wir müssen dieses Ding verfolgen. Lasst uns versuchen, weiter raufzuklettern, um zu sehen, wo es hin will. Na dann... Nein! Junior, bitte! Komme ich jetzt auch hier rüber? Ja, sehr gut. Ähm, kaputt machen soll es. Danke! So, okay! Was haben wir denn hier? Hey, damit kommen wir doch auf die Dächer rauf. Ziemlich praktisch, hm? Nicht praktisch für den Piloten. Hm. 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 So, sehr schön. Münzchen! So, warte mal. Zicke! Auf geht's, Papa! Halt! Da steht noch ein Hütchen! Danke! Äh, erstmal hier, oder? Das brauchen wir jetzt noch nicht, aber vielleicht nützt es uns später noch was. Ah ja, okay. Alles klar. Dann machen wir es wieder kaputt. Hallo! Hallo! Danke! Dann machen wir erstmal hier. Na klar, Mom! Nein! Ach Gott! So, du musst da rein. Los geht's! Und laufen! Machen wir doch schön. Soll ich ihn noch machen? Achso, muss ich vielleicht auf die hier wechseln? Was muss ich denn jetzt hier machen? Ahja! Und jetzt? Okay, das scheint echt ein Spaß zu werden. So lange die Landung am Boden sanft ist. Okay. Okay. Alles klar. Was ist denn da hinten in der Ecke? Okay. Was brauchen wir hier? Falscher Mann? Okay. Ich bin hier gar nicht hoch, oder? Achso, warte mal. Doch, oder? Da muss er durch. Aber... Hä? Da muss er irgendwie hoch. Warte mal, dann schick ich noch mal mit rüber. Warte. 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 Du könntest mir helfen, einen Weg darauf zu finden? Sicher. Aber ich war irgendwie beschäftigt. Warte. So, dann sammeln wir mal die Steinchen ein. Wie ist das? Warte mal, hier. Warte mal, da sind noch welche. Warte mal, da sind noch welche. Mist, das war nichts. Warte mal, da sind noch welche. So. Jetzt aber... Warte mal, irgendwo sollen viele, oder? Also, geht doch. Ähh, nimm mal Junior. Nein! Junior! Junior! So. Ehheb! Ich bin jetzt so ein blödes Vieh. Das sieht absolut sicher aus. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. So. Einmal Schreckleiter für die Eltern. Mama, kommst du hoch? Ja, ich denke auch, oder? Jetzt wird er nicht so passgenau. Schön ruhig bleiben. Schatz. Mit dir? Aber hauptsächlich von mir. Und jetzt? Ah ja, genau. Jetzt ist der Flash hier. Und los geht's, mein Freund. Ähm. Was? Zu früh gestartet. Ich laufe auf ein Gebäude! Hast du dich vergewissert, dass das sicher ist? Aber er hat's nach unten gebracht, immer. Und ja. Keine Sorge, Familie! Na, ich will euch retten! Na dann. Ab nach oben. So. Jetzt brauchen wir die Mama wieder. Die Ma... Die Ma... Ja. Noch ein bisschen höher und wir sind da. Was sicher? Ja. Die Ma. ... Oh, shit. Oh, shit. So, wie machen wir jetzt den dicken Stampferplatz? Ich kann mich um diese nützlich aussehenden Steine kümmern, braves Mädchen. Hey, sie kämpft mir auch mit. Aber nur fast. Ich kann mich um diese Flammen löschen, damit wir darüber kommen. Oh, wow. Oh, nein. Was habe ich zum Thema gucken, bevor du losläufst, gesagt? Boah, sieh mal nach deinem Sohn. Alles gut, Mom. Die Spur muss nur noch fertig gebaut werden. Bitte. Sieh mich nicht so an. Ich weiß, wie wir es für Flash sicherer machen können. Helen, versuch da drauf zu kommen. Ja, dann. Ab geht's. Ja, warte mal. Jetzt bin ich nochmal da hoch. Wir haben nicht genug Steine. Kinder, such noch mehr davon. Hm, noch mehr davon? Bring dir dieses Ding dorthin, wo wir es auch benutzen. Achso, ich komme jetzt hier aber hoch. Ja, das war ja super. Das war knapp. Macht euch bereit. Ich werfe ihn jetzt runter. Aber verrenkt ihr nicht den Rücken. So, ab dafür. Ja, das war ja super. Das war ja super.